Genau, und dann sagst du, mach ein Zeichen, weil da merkst du, er braucht so zwei Sekunden, bis er sich eingegroovt hat. Und wenn du wieder ausmachen willst, was machst du dann? Drück ich auf Rot. Cool, mach mal. Okay, seid ihr bereit, meine Damen? Eins, zwei, drei, vier. Das soll schon exakt sein, in Achtung. Mach es wieder auf Aus. Da ist es super. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Das soll schon exakt sein. Das soll schon exakt sein.